Servus, bloß ein kurzer Schwerst oder? Mit Luis? Ja, krasse Reifen, keine Ahnung, wie die Dinge jetzt halten. Ich habe jetzt gerade auf die Klinge genommen gelübt. Die Steckung gelübt. Schauen wir mal. Das geht so schön rein. Nein, nein, nein. Ich brauche einen Vergleich zu, wie die Klinge steckt. So. Das ist nur viel. Sechs ist Papa. So. 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Das war's für Erste Rennen oder Erste Run. Abonnieren nicht vergessen. Tschüssi Kowski.